Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. 2. Petrus 1, Vers 2. Shalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Beachte, dass uns Gnade und Friede durch die Erkenntnis Gottes immer reichlicher zuteil werden. Aber zuerst kommt unser Glaube durch die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit kommt zuerst, Erkenntnis kommt danach. Andersherum kann es nicht sein. Wenn du erkennst, wie gerecht Gott ist, dass er seinen Sohn zum Opfer machte, ja zur Sünde machte, zum Fluch machte, sodass wir frei sein können. Wir, die in Sünde lebten, der Tausch, der Tausch einer reinen Seele gegen unsere Seelen, der volle Preis bezahlt. So viel Gerechtigkeit muss man erst mal ergreifen. So viel Liebe muss man erst mal verstehen. Es kann ein ganzes Leben dauern, zu verstehen, wie sehr Gott dich liebt. Doch du kannst es auch in einem Moment erfassen, wenn du verstehst, dass dies zur Heiligung deines Geistes, deiner Seele geführt hat. Wenn du diese Gerechtigkeit verstanden hast, dann kann die Erkenntnis kommen. Dann kann es zu deiner Heiligung führen. Wenn du unabhängig von Heiligkeit eine Offenbarung von Gott erwartest, wirst du nur eine Mischung bekommen. Heiligkeit öffnet die Tür zu allen Schätzen Gottes. Die Reinheit, die in dir und in deinem Leben hergestellt werden muss, bringt dir die Offenbarungen Gottes direkt in dein Leben, in dein Herz, in deine Seele. Aber er muss uns erst dahin bringen, wo wir, wie unser Herr, die Gerechtigkeit lieben und die Gesetzlosigkeit hassen. Bevor er uns Zugang gibt zu all diesen guten Schätzen, sorgt er dafür, dass wir verstehen, warum es wichtig ist, die Sünde zu hassen. Die Sünde, die Wurzel allen Übels. Die Sünde, die Ursache von Tod. Die Sünde, die Ursache von Mangel und Leid. Die Sünde, die Sünde, die Ursache, dass die ganze Welt gefallen ist. Nun, das ist es, was wir erkennen müssen, um zu verstehen, was Jesus für uns getan hat. Es ist so wichtig, dass du in deinem Herzen ergreifst, was dort geschehen ist und was Gott für dich bezahlt hat. Wenn wir Unrechtes vorhätten in unseren Herzen, so würde der Herr nicht hören. Psalm 66, Vers 18 Und nur dadurch, dass wir gerecht, rein und heilig gemacht werden, durch das kostbare Blut des Gottessohnes, können wir in dieses Leben der Heiligkeit und Gerechtigkeit im Sohn eingehen. Es ist die Gerechtigkeit unseres Herrn selbst, in uns wahrgemacht, sowie unser Glaube an ihn. Es ist so wichtig, dass du die Gerechtigkeit liebst und dich fernhältst von Ungerechtigkeit und Sünde. Nun, nachdem Jesus mich errettet hatte, nach meiner Bekehrung, nach meiner Geistestaufe, gab mir der Herr einige wunderbare Offenbarungen. Aber ich verstehe jetzt und heute, warum es so wichtig war, wiedergeboren zu sein, warum es so wichtig war, den Geist zu empfangen, warum es so wichtig ist und warum Jesus zu Nicodemus sagte, dass es eine Wiedergeburt braucht durch Wasser und Geist und dass wir nur so ins Himmelreich einkehren können. Schon vor meiner Geistestaufe, schon vor meiner Bekehrung, hatte ich immer wieder Visionen. Der Herr zeigte mir Dinge, doch ich wusste nicht, dass es von ihm ist und es waren Vermischungen. Immer wieder mischte der Teufel der Widersacher Unwahrheiten ein, die mich ablenkten, die mich immer wieder in die Sünde führten. Nun verstehe ich. Nun kann ich Erkenntnis haben. Nun halte ich mich fern von Sünde. Nun habe ich alles aus meinem Leben verbannt, was dem Herrn nicht gefällt. Weil ich verstanden habe, welche Gerechtigkeit und welche Liebe er für uns offenbar gemacht hat. Wir sind verborgen mit Christus in Gott. Kolosser 3, Vers 3 Er lädt uns alle ein, zu kommen und mit an diesem wunderbaren Ort zu sein. Wir sitzen unter dem Schirm des Höchsten und bleiben unter dem Schatten des Allmächtigen. Psalm 91, Vers 1 Diesen Ort hat Gott für dich in diesem herrlichen Reich der Gnade. Dorthin bist du eingeladen. Das will er für dich. Du hast ein Vorrecht. Wenn wir aus Gott geboren sind, haben wir Vorrechte und Verheißungen, auf denen wir stehen sollen, die wir in Anspruch nehmen sollen. Im mächtigen Namen Jesus. Nun will ich dir nicht sagen, dass du keine Herausforderungen haben wirst, aber du wirst das Beste herausziehen können, weil Gott aus allem in deinem Leben etwas Gutes macht. Gott wird aus jeder Heimsuchung, aus jeder Versuchung, aus jeder Prüfung, wird er dich wachsend hervorbringen und er wird alles abschneiden, was keine Frucht bringt. Wenn du ihn lässt, wenn du ihn lässt, wenn du in seinen Willen kommst und wenn es nicht mehr um dich, Selbstgerechtigkeit, Hochmut und Stolz geht, sondern um seinen Willen. Lass uns nun gemeinsam beten. Vater, im Namen Jesus bitte ich dich, alles aus meinem Leben zu entfernen, was dir nicht entspricht. Ich bitte dich, mir offenbar zu machen, wovon ich mich fernhalten soll, was ich aus meinem Leben verbannen soll. Ich bitte dich, alles wegzunehmen, was keine Frucht bringt, denn du bist der wahre Weingärtner. Jesus, ich danke dir, dass ich in deinem Namen und als Nachfolger, Nachfolgerin in deinem Namen leben darf. Und ich werde deinen Willen tun, ich werde von dir lernen, jeden Tag, um so zu sein wie du und der Welt das Salz zu sein, Licht an die dunkelsten Orte zu bringen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen, wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe, wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen, dann ja, scheue dich nicht. Schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seen-Mentoring. Ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist es, Liebe und Frieden, um den sollst doch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.